Das ist eine 3-Zimmer- oder 3-Halb-Zimmer-Wohnung, super Aussicht, direkter Zugang runter in die Nuller, ein grosser Balkon, zwei Eingänge, eine ist das Lägerhaus von aussen, eine in die Wohnung, grosse Türen, innen durch alles frisch gestrichen, alles frisch gestrichen, und die Installation sind hier, Laminatboden, dunkel, neuwertig, rustikale Türen, innen und draussen, alt, 3-400 Jahre, mit eigenen Wäschmaschinen, stecken Hausherr, eigene Wäschmaschinen-Tümmler, äh Wäschmaschinen ohne Tümmler natürlich, das Fensterli, das Bad, eigener Sicherungskasten, grosses Entree, mit Platzierungsmöglichkeiten für schöne Kasten, dann haben wir da, Duolette, rustikal, schön, mit einem Dursteinboden, Schiffer, lüftig, Duschvorhang, Dusche, alles sehr schön, frisch gestrichen, frisch aufgearbeitet, alles super, dann gehen wir in die Küche, in die Küche, mit Kühlschrank, mit Tiefkühlschrank, Naturstein, Schifferplatte, Bachofen, Kochherd, Wäschmaschine vorhanden, alles sauber neu gemacht, alles frisch ausgestrichen, einen schönen Ofen, der schön warm gibt, Feuerholz hat es ja da genügend rum, sonst mit ein paar Kubik Feuerholz kann man sehr schöne Stimmung herbringen, mit sehr wenig Holz haben wir jetzt in 2-3 Tage super heizen, dann hier die Stuben, rustikal, mit einem 3-400 jährigen Specksteinofen, heizen wunderbar, mit sehr wenig Holz bringt man den Raum schön warm, wie auch die ganze Wohnung, wir haben wirklich mit sehr sehr wenig Holz alles schön gemacht, das ist alles für uns schön, alles frisch gestrichen, ganz schön, also sehr ostikal, für ein echter Liebhaber mit dem schönen Ofen zusammen, super, dann haben wir hier das zweite von den 3,5 Zimmer, Matratzen wegdenken, Tischau, das ist alles frisch gestrichen, das Kinderzimmer, könnte man es brauchen, alles frisch bereit gemacht, das heisst hier das Zimmer, schön grosse Stauben, hinten das Büro, alles modern und schön. ... Untertitelung des ZDF, 2020